um für Leute erlte es kommt jetzt eine weitere von Ticket Leitz mit mir war Kostner und den wichtig wir wollen nicht mehr gleich so wie wir auch behauen nicht gleich um Prozent dann wichtig ist es natürlich Futter ich hab das Ah ja, hier ist Silikon. Ich hab's nicht gefunden. Ich brauche jetzt nämlich heute ein ME-System. Dafür brauche ich erst einmal den ME-Pattern-Drive-Scheiß. Guck, warum das Ding hier unten nicht mehr pumpt. Immer noch. Warum kein Lava mehr ran? War nicht genügend. Pumpst doch nicht, ne? Rüben pumpt's. Aber hier pumpt's nix raus. Doch, es kommt so wenig an. Das hab ich ja auch gesagt. So, jetzt machen wir den Tank zu. Jetzt müsste sich ja der Tankring was füllen. Macht aber auch nicht. Jetzt kommt einfach gar nix mehr an. Mach ihn wieder auf. Was machst du vor, George? Du drehst das die ganze Zeit. Ja, das ist der Verschluss. Dann kannst du das auch was zu machen. Aber jetzt kommt gar nichts mehr. Das ist ja toll gemacht. Da kam die ganze Zeit nix. Ich schätze nicht. Junk-Loaders. Warte mal. Ich weiß nicht, hier ist ein netten Befehl. Da kann ich überprüfen, ob... ... im Neto überhaupt ein Junk geladen ist. Achso, okay. Dimension minus eins. Geladene Junkes null. Warum ladest du da drüben keine Junkes? Auf Dimension... Auf unserer Dimension sind 551 Junkes geladen. Und drüben null. Ah, super. Das hat Sven letzte Folge gebaut und so. Laser-Ding. Laser-Ding, ja, die brauche ich fürs M&E-System. Und jetzt muss ich da auch schon wieder weiter bauen an dem Scheißdreck. Redstone, Silikon, Redstone. Kann mir umbogen, dass ich die Scheiß klasse. Äh... Sven geht mal die Diamant. Die Diamant sind bei Klitzerzeug. Ja, zeig mal unsere tolles Mob-Trop. Ich meine deine Spitzerke. Achso, da. Aber ich habe gar keine Spitzerke mehr. Ja, grau, craft die deine. Und graufe sie nicht selber, Krimskern. Ich soll nicht streichen. Na, auf. Ja, ne Diamant würde ich jetzt gerade auch noch nicht craften. So viele Diamante haben wir noch nicht. 9,33. Ja, sag ich doch, so viele haben wir noch nicht. Ja. Jetzt reicht er. Jetzt hat er einen Fall einige, ne? Ich brauche einen Bogen. Ein M&E-System. Wir haben ja genügend Bogen gewonnen. Nein, wir haben gar keine Bogen mehr. Toll. Wo war das hier? Ne, ne. Achso, ich mag schon dein. Hä, das war doch jetzt so, das Rezept. Ah, das ist Eisen in den Ecken. Ja, okay. Wenn man da Holzlimpakt anstatt Eisen, dann kann es ja nicht gehen. Überhaupt was. Markus, lagst du oder schwärzt du einfach nix? Ich schwärzt gerade nix. Achso. Er schwärzt mal nix, ne? Ist ja mal ruhig. Ja, hier ist ja der mit einer Technikabzeuge beschäftigt. Darum sollte ich nicht rein. Oh, es gibt Roadcheck-Table. Oh, ich hatte so nichts. Geil, Roadcheck-Table, Alter. Oh, es hat gelaggt. Ja, ich bin grönt in der Näta rüber wieder. Mit Threadstone. Oh, scheiß Zombies hier, Alter. Das ganz neil ist hier. Hutur, wir bauen hier an Roadcheck-Table wieder. Äh, nee, Zombie. Roadcheck-Table? Ja, Roadcheck-Table, die sind geil. Der hat Marvel-Bank angesagt. Roadcheck-Table haben Swag. Jetzt geht mal gucken, wie viele Chunks sind jetzt im Näta geladen. Warte, Chunk-Loader. Ähm, nee, da ist minus eins. Spieler einer geladene Chunks 323. Ja, ne, unser Chunk-Loader macht nichts, der steht. Sag mir mal deine Koordinaten. Äh, Koordinaten, Moment, F3 sind 270 und 100. Minus 270, 100. Also, X minus 270 und Y, äh, Z minus 100. Äh, 100. Hast du es jetzt nicht? Ja, erzähl. Oh, ich hab vergessen, meine Stoppelschraße. Ah, da bist du, okay. Ja, mach's durch, Foto, ich hab Foto gefunden. Aber der Chunk-Loader schafft nicht. Ja, um dich rum ist geladen, aber halt wirklich auch genau nur um dich rum. Na ja, klar, weil ich da bin. Deswegen pumpt die Ding jetzt auch wieder Lava, weil der Chunk-Loader arbeitet nicht. Ja, jetzt arbeiten noch unsere Dings, sie ist hier alle wieder. Dabei nach springen sie immer wieder an und gehen wieder aus, weil... nicht genug Lava kommt, ich brauch mehr Steine. Ja, und vor allem unser MFW ist gleich wieder leer gesagt. Weil ich den Dings wieder angeschlossen hab und das ist dann wieder leer. Ja, lass laufen, lass rennen, lass rennen. Ja, aber wenn ich jetzt oben was an den Maschinen machen muss, dann hab ich keinen Strom mehr gleich, ne? Achso, also, dann mach aus, mach aus. Ja, ich lass ihn jetzt erstmal noch kurz laufen. Aber dann mach ich ihn aus, sobald der Strom einmal wirklich leer ist. So. Eisen, hab ich mir jetzt Eisen geholt? Nein, ich hab mir kein Eisen geholt. Alter, aber lass mich da grad hoch. Ah, hier ist Eisen. Ah, Eisen direkt neben mir. Ich werd mal so ein bisschen shitty Stuff einfach mal hier unten reinwerfen, den, wo ich ihn die ganze Zeit bei mir tragen muss. So. Warum hab ich jetzt eigentlich... Juhu! What's Ranch? Oh, er läuft, er lebt. Tutor feiert sein Ding. Mein Ding, mein Ding bringt uns wieder unendlich viel Strom. Einfach probeln. Sagte er und schwieg. Sagte er und schwieg. Sagte er und schwieg, genau. Ja, danach hast du das Schweigen angefangen. Ja, weil... Bei dem auffielter, weil ihr eine falsche Auslage macht. Weil ihr eine falsche Auslage macht. Weil ihr mir huldig sollt. Deswegen hab ich geschwatt. Was sollt? Was sollt ihr mir huldigen? Huldigen. Huldigen, ja. Ja, ich kann dir ne... Oh. Ja, ich kann dir irgendwas cooles machen. Das ME-System baue ich mir im Keller auf. Hier haben wir ein ME-Drive in das ME-Drive. Ja, guck doch das Ding an. Guck das an. Oh, das ist Spawner. Ah, Spawner? Spawner stehen lassen, da kann man ne Falle irgendwann drauf machen. Da ist schon ne Falle irgendwie, keine Ahnung. Das ist Spawner und die Spawner ist so im Wasser drin, Alter. Da fließen dann runter. Äh, nein. Blaber nicht. Geht immer noch nicht? Leute. Also ist? Bochen Quarzkristal. 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 Was sind das? Quarzkristal. 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 Du kannst Quarzkristal. 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 Ja, dann hol sie mir bitte. Ist übel wertvoll. Ja, ich hol gleich. Mach jetzt kurz noch die Eisnischaufel kaputt. Äh, die Steins. Äh, ich hab noch eine. Ich will nicht, wie viel zu missbrauchen sind. Willst du wissen oder nicht wissen? Nein. Aber ich hab schon mal den Spawner. Äh, mit Feuer. Also mit fucking. Oh, Lecks. Ich hab mal ein bisschen die Media erkundet. Jetzt brauche ich einen Diamanten und Redstone und das muss ich jetzt da oben wieder... Redstone gibt's auch nicht. Da bringe ich den da mit. Ja, aber pass auf, wenn du die Ohrsabbaus greifst nicht die Viecher an, ne? Ja, der ist bei uns in der Höhle drin, da passiert nichts. Sagte er jetzt und stirb. Nein, mach ich nicht, Schnauze. Alles mit der Zeitkultur. Ja, ich bin ja schon oft gestorben drüben. Ja, eben. Ja, eben. Bis doch. Weil jetzt bauen wir hier einen. Und wo hast du jetzt, äh, geschaut, wie er oft gestorben ist? Markus, nö. Räuchte ich wieder irgendwas zum abbauen da oben? Ich war, glaub ich, der einzigste im Neta drüben, wo ich da... Wie baust du? Ja, ich baue mir eine Spitzhacken. Also ich hab mindestens drei Tode. Weil einmal im Nimbus, einmal im Neta, zweimal im Neta und jetzt halt noch gar nicht gestorben. Ja, das sieht man halt schon, wer hier der Boss ist und wer nicht. Sven, mach mir mal zwei Eis und Spitzhacken bitte. Junge, ich hab grad eine gecraftet und jetzt kommst du an mit, mach mal nochmal welche. Ja, wenn ich für dich Sachen sammeln soll, gibt's mir auch Spitzhacken. Hättest du ja auch vorher kommen können mit, baum mir mal welche, während ich meine gebaut hab. Weil der Project Table, wenn du eine Sache baust, kannst du gleich und endlich auf dieselbe Sache anfordern. Wie lang nehm ich noch Rutsche auf? Also ich nicht. Du bist der Mann mit der Uhr. Nee, ich hab die Uhr nicht gestellt. Ja, ich glaub, es sind noch keine zehn Minuten. Nee, ich glaub, es sind noch keine zehn Minuten. Gut, sonst ist noch keine zehn Minuten. Hey, was ist das? So, wo bist du? Ja, hier. Bam, 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 bam. Ja, ich kann sie nicht dropen. Warum kann ich sie nicht dropen? Warum kann ich sie nicht dropen? Eines, zwei. Also, Quarztast. Wenn's weiter nix ist. Nee, mehr ist jetzt erstmal nicht. So, als muss ich Lava in Buckets nach oben schaffen. Gibt's hier unten auch. Ja, aber ich hab doch hier auch Lava, Mann Young. Achso, wir haben hier oben auch ne Quelle. Ich bring auch noch alles andere Ohr mit, was ich finde, unterwegs. Wir haben hier oben nicht nur ne Quelle, wir haben hier oben eigentlich Lava-Tank, wenn ich Lava haben sollte. Der hat Lava. Der hat Lava. Guck, er loadet jetzt wieder die Chunks in Neta. Nachgucken. So, noch ist kein einziger Eimer Lava drin. Ja, weil die ganzen, die Dinger, die Generatoren sacken ja alles weg. Nein, 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 den hab ich abgeschlossen. So, erste Eimer Lava. Zweite Eimer Lava. So, wo haben wir denn? Hier haben wir doch. Arts. Wie viel brauchst du denn? Ziemlich viel. ME System brauchst du für jedes Teil ungefähr zwei Crystals. Und für jedes Crystal brauchst du vier das. Wow, Crystal Math. Komm schon jetzt. Kommt wieder keine Lava mehr nach. Das dauert halt. Jetzt hab ich schon mal zwei Eimer. Die zwei Eimer bringe ich jetzt schon mal hier nach oben. Sag ja, das dauert einfach alles ein bisschen. Du wirst gar keinen bauen eigentlich. Ja, siehst du auch warum. Was? Es ist nützlicher als alles andere, was wir bisher gebaut haben. Und langsamer als alles andere auch. Was anderes. Es muss ja erstmal anlaufen, Mensch, ins Kind. Hast du keine Zeit? Nein. Warum nicht? Was hast du heute noch vor, Sven? Ich? Nichts. Na, ist zur Zeit. Nein, was hast du noch was vor? Ja, Haus ihm machen und lernen. Haus ihm machen und lernen. Und lernen. Bei Wörter, wo nicht in meinen Wortschatz mehr gehören. Würde ich niemals in den Wortschatz nehmen. Oh, da ist ein Schleim. Da. Jetzt lasern wir mal wieder hier ein bisschen. Also was hier unten alles an Wahre ist. Also ich will einmal haben wir jetzt wieder drinnen. Wieder zwei Eimer. Okay. Kann ich hier irgendwie jedes Mal, wenn ich hoch und runter renne, zwei Eimer Lava rausholen. Wieviel brauchst du? So, einige. Hier. Das ist unser Yu-Yu-Meter. Das ist unser Yu-Yu-Meter. Das funktioniert. Nein, der ist abgeschlossen. Ja, wenn so lange der läuft, wenn nichts anderes läuft. Gerade eben wird auch überhaupt kein Sturm produziert, weil ich die komplette Lava, die ankommt, direkt wegnehmen. Wir brauchen, um Diamanten zu burnen. Diamanten zu brennen? Ja, also Diamanten in Chips. Vor allem in meiner Laserstation aus der Letze. Das wäre sehr fatal, wenn ich jetzt unterfliegen würde. Mach's nicht. Hörte dich nicht. Weil es laufen schon mal sechs Laser hier auf Minimalkapazität. Es könnten sich nur noch um Minuten handeln. Ungefähr zwölf, bis hier der erste Chip rauskommt. Ja, du brauchst immer viel zu viel Hektik. Nun ja. War ich nicht da bin, um auf Chips zu warten. Dann mach was anderes. Ja. Nützliche Sachen, was du bei Minecraft machen kannst. Vor allem bei Tech, da gibt es noch viel mehr nützliche Sachen. Ja, zum Beispiel mit dem MME-System weiterbauen. Bist du? War doch schon eine Lösung. Wofür ich Crystals brauche. Und diese Chips. Ich habe vier Crystals und vier Chips. Und diese Chips. So gut, den Controller habe ich. Das Dings kann ich noch nicht bauen, den Controller. Ich habe nur den Drive. Und was ich noch brauche, ist... Terminal. Dafür brauche ich... Ah, im E-Kabel wäre mir noch geschickt zu bauen. Was brauchst du dafür? Im E-Kabel. Ja, was brauchst du dafür? Kann man nur einen Mixer bauen oder was? Ah, ne, hier. Ganz normal. Craften. Arts Fieber. Da brauche ich auch wieder Quarztast für... Oh, da ist jemand gefunden. Peter. So, ich glaube mal, dass die erste Folge läuft jetzt auslaufen. Wow, die Folge läuft jetzt aus, Markus. Watch out. Oh, ich habe Quarztast. Ja, das ist gut. Quarzt, Christi. Ja, das ist gut. Ich habe alles noch besser. Also, ich habe abgebaut. Ich nehme mir alles. Ich nehme mir alles. Ich nehme mir alles. Ich baue auch Eisen ab und alles, was wir brauchen. Das brauchen wir denn überhaupt nicht, Alter. Wir brauchen eigentlich alles, Alter. Ja, wir brauchen wirklich alles. Und das mache ich mal wieder ein bisschen Glas hier. Brauchen wir Whetstone? Ja. Ja. Wir brauchen alles, außer die Edelsteine. Boah, was der Meserator für einen Krach macht. Ich habe wieder einen Quarztast gefunden. Ja, da. Hau raus, hau raus. Meinetal ist schon gefreut. Und Eisen bin ich auch mit. Ja, Eisen ist sehr wichtig. Da bringe ich auch immer mit. Eisen kommt man immer gebrauchen. Das brauchen wir ja für Öffnungszeichen. Was haben wir da, was haben wir da, was haben wir da? Ja, komisch. Ach. Ja, da war ich eben auch. Da gibt es auch wirklich viel Scheiß. Ja, in der Schluchze. Ich bin in der Mine rein. Ja, bin ich auch jetzt auch. Ich habe außer Schluchzeuge in die Mine rein. Ähm. Achso, in die wirkliche Mine? Ich renne, glaube ich, gerade in der Nähe von dir rum, vermute ich mal. Also, ich sehe dann noch nicht. Ein Spinspawner, wo ich weggehebe. Ne, der Spinspawner ist immer noch da, dann habe ich ausgeleuchtet. Ja, da ist noch ein Spinspawner, da bei mir so ungefähr. Aber ich bin wieder oben. Ah, jetzt habe ich wieder Lava Buckets hier. Wunderbar. Ja. Ja, die laufen aus Strom. Oh, Scheiße. Was ist Scheiße? Nicht rauskommen. Was ist Scheiße? Nein. Also, wenn du nicht alles aufbauen willst, lass du mich so jetzt erstmal wegschießen. Habe ich kein Inventar mehr für. Du hast kein Inventar mehr? Für Marble, Alter. Was brauche ich denn überhaupt nicht, ey? Boah. Hier, hier, so. Acht Käbel habe ich jetzt hergestellt. Also, ich habe jetzt jede Menge Schießpulver gefarmt. Die Schießpulver. Die Schießpulver, ich mache mal ein paar Fackeln. Da müssen jetzt Redstone daneben. Weißen, heißen, heißen. So, gut, jetzt habe ich 8 ME-Käbel. Dann denke ich mal an, dass wir schon 15 Minuten haben, nö? Ja, denke ich auch. Und dann sehen wir uns nicht mal, sondern von Minecraft Ticket, Leute. Bis dann und tschau. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.